Die Art der Stücke vorspielen, das heißt Kaspar und die Runde. Das ist toll. Habt ihr Lust? Ja! Ja! So, hier Kaspar. Oh, das ist das Schlau. Komm, schön, das du. Wir müssen erstmal mein Bein hier hoch. Oh, das andere. Oh, Mensch Kaspar, guten Morgen. Hast du noch geschlafen? Ja, irgendwie schon. Oh, so müde. Aber wo kommt ihr alle her? Ja, wir sind doch heute zu Besuch im Arche Noah Kindergarten in Gelder. Ja, war. Okay. Bei den Hohenkindern und den Sonnenstrahlkindern und den Regentröpfchenkindern. Okay. Sag mal schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hab schon wieder nichts gehört, Kaspar. Du musst lauter sprechen. Ich bin so müde. Okay, ich probier's. Guten Morgen. Ja, das hört sich ja doch schon viel besser an. Und wisst ihr was? Unsere Prinzessin ist krank. Und heute müssen wir ganz fleißig Brombeeren pflücken. Also, hier ist unser Korb und da müssen die Brombeeren alle rein. Ah, Kaspar mit der Mütze, Säppel mit dem Hut, pflücken heute Brombeeren, die schmecken gut. Eine in den Korb und eine in den Mund und eine in den Mund und ein Brombeerkuchen. Und die Prinzessin wird gesund. Auf geht's, Säppel. Noch zwei Hände voll. Dann haben wir genug Brombeeren. Die Großmutter, die Großmutter backt dann den Kuchen und wir bringen ihnen die armen Konzessin, damit sie wieder gesund werden. Ja, das Wichtigste beim Gesundwerden ist die Freude. Und vielleicht freut sich die Prinzessin so über ihren Lieblingskuchen, dass das Fieber weggeht. Ach, Kaspar, 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 oh, das sind schon so viele Beeren und der Korb, oh, der ist so schwer. Meine Hände sind von dem Brombeerdorn schon ganz zerkratzt und Bauchweh, Bauchweh habe ich auch. Ja, Säppel, du hast halt mehr Brombeeren in den Mund gesteckt als in den Korb. Ja, das könnte sein. Oh Mann, so schwer ist der Wattel. Ich probiere es mal von hier. Huch, jetzt bin ich gestolpert. Hey, oh Mann, jetzt werde ich fast hingefallen. Mit dieser blöden Pflanze hier. Mann, na warte. Spür das. Hier stehst niemanden mehr im Weg. Ich reiß dich jetzt raus. Halt, stopp, aufhören. Du tust mir doch weh. Huch, Kaspar, hör mal, die Blume kann reden. Eine Blume, die reden kann? Ja, ich bin eine Regenbogenglume. Uh, ich wachse da, wo ein Regenbogen die Erde berührt hat und deshalb habe ich Zauberkraft. Zauberkraft? Wenn ihr gut zu mir seid, dann kann ich euch drei Wünsche erfüllen. Drei Wünsche? Ja, grabt mich mit der Wurzel aus und nehmt mich mit nach Hause. Oh, komm, Kaspar, mit Wurzel. Komm, mit Gebüde. Komm, nicht mit Wurzel. Oh, Seppel, weiter geht's. Das ist ja toll. Drei Wünsche. Oh je. Und schon wieder muss ich den schweren Korb schlägen. Huch, aber ich könnte mir ja was wünschen. Ich könnte mir wünschen. Eins, zwei, drei. Den ersten Wunsch, den hab ich frei. Ich wünsche mir, dass der Korb von ganz allein nach Hause läuft. Ja. Oh, hurra. Ich brauch ihn nicht mehr schleppen. Ja, komm Korb. Hi, Seppel. Seppel. Bis zum Glück von allen guten Geistern verlassen. Aber warum? Wir sollten uns die Wünsche für wichtigere Dinge aufheben. Zum Beispiel dafür, dass die Prinzessin wieder gesund wird. Oh, können wir ja, können wir ja auch machen. Und wir haben doch noch zwei Wünsche. Und wenn wir den Brombeerkuchen gegessen haben und die Prinzessin wieder gesund sind, dann wünschen wir uns ein riesengroßes Erdbeereis. So groß wie ein großer Berg. Gute Idee, Seppel. Das machen wir. Aber warte mal, ich muss so dringend... Peppi. Was? Peppi? Hier im Wald? Kasper! Kasper! Doch nicht auf einen Peppi machen. Oh! Kasper! Hinten! Hinten, das Krokodil! Das Krokodil! Ich bin im Bratwurst! Kasper! Äh, äh, eins, zwei, drei. Den zweiten Wunsch, den hab ich frei. Ich wünsche mir, äh, kein Schwer, dass das Krokodil sieben Tage lang Maulsperre hat. Ja! Oh je! Oh nein! Oh, Kasper, du hast es geschafft! Aber hier ist der zweite Wunsch weg. Oh Gott, die arme Prinzessin, jetzt bleibt nur noch mein Erdbeereis übrig. Aber, Seppel, du kannst doch nicht die Prinzessin... Oh, 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 oh! Oh, wer ist das? Geld oder Leben? Äh, Blume oder Leben? Ich hab euch belauscht. Ich weiß genau Bescheid. Hände hoch! Alle stehen und liegen lassen. Und ab durch die Mitte! Was? Oh, oh, der Räuber! Oh, 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 oh! Jetzt geht mein allergrößter Wunsch in Erfüllung. Endlich werde ich der reichste Mann der Welt. Ich bin doch nicht so blöd wie der Säckel. Und wünsche mir einen Berg Erdbeereis. Ich wünsche mir einen Berg Gold. Höh, 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 höh. Und jetzt schnell nach Hause. Direkt neben die Räuberhöhle lasse ich mir den Geldberg taugern. Komm, Blümchen. Auf geht's! Reich werden! Oh, Kasper, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wenn sich der Räuber Urian einen Goldberg wünscht, können wir der Prinzessin nicht mehr helfen. Wir haben ja nur noch einen Wunsch frei. Wir müssen ihm die Wegenbogenpflanze unbedingt gleich wieder abnehmen, bevor er seinen Wunsch ausspricht. Ja, aber wie machen wir das? Ich habe solche Angst vor Räuber Urian. Tja, wir müssen uns eben schlau anfangen. Kinder, helft ihr uns? Ja! Im Westeness! Ich habe da so eine Idee. Was, eine Idee? Ich habe eine Idee! Wir reden dem Räuber Urian ein, dass er krank ist. Ja! Er hat dieselbe Krankheit wie die Prinzessin. Oh ja, wir sagen ihm, dass er sich angesteckt hat, als er letzten Sonntag im Schloss die silbernen Puddingblöffel geklaut hat. Oh ja, das ist eine gute Idee, Katja. Aber wie bekommen wir denn die Blume wieder? Wir versprechen ihm, im Tausch für die Blume eine Medizin, die ihn wieder gesund hat. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Aber, aber, der Räuber ist doch gar nicht krank. Ja eben. Die Kinder müssen uns doch helfen, ihn das einzuregen. Ah ja! Kinder, helft uns doch, oder? Ja! Und wann kommen wir ihn? Auf geht's zur Räuberhöhle! Seht ihr einen wilden Mann? Witte, 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 bumm, bumm. So ist dann schön der Urian. Witte, 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 bumm, bumm. Klaut alles, was er kriegen kann und schleppt in seine Höhle dann. Seht ihr einen wilden Mann? Witte, 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 bumm, bumm. Dann ist der Räuber Urian. Witte, 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 bumm, bumm. Klau alles, was ich kriegen kann und schlepp's in meine Höhle dann. Jetzt bin ich zu Hause. Nur noch die Pflanze abstellen. Und in ein paar Sekunden bin ich der reichste Mann der Welt. He, 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 he. Armer Räuber Urian. Oh, armer Räuber Urian. Ja, ja, aber nicht mehr lange. Gleich bin ich reich. Armer, kranker Räuber Urian. Ja, ja, was ist? Wieso krank? Was wollt ihr überhaupt hier? Wer duftet? Wir wollen nur Abschied von dir nehmen. Tschüss, Urian. Abschied? Wieso? Weil du doch so eine schlimme, ansteckende Krankheit hast. Höh, 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 höh. Höh, höh, höh. Ich und krank? Ja. Ich bin gern gesund. Ich werd euch gleich, ich, ähm, werd euch gleich den Hintern kräftig versohlen, wer hier nicht sofort verschwindet. Armer, kranker Räuber Urian. Du siehst schon ganz elend aus. Ja. Ne, Kinder? Der Räuber sieht ja schon ganz krank aus, oder? Ja. Ja. Zeig mal deine Zunge. Oh, deine Zunge. Zeig mal. Meine Zunge? Ja. Wieso das denn? Ich dacht's mir doch. Ganz rot. Schlimm, 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 schlimm. Oh Gott, wirklich ganz schön rot. So? Wirklich? Ja, aber... Oh je, oh je. Du hast ja auch den Kopf zwischen den Ohren. Oh! Den Kopf? Ja. Ja, Urian, tatsächlich. Tatsächlich? Ist das schlimm? Na ja, wie man's nimmt. Sag mal, bist du abends müde? Na, eigentlich... Ja, doch. Aha. Typisch. Alles genau wie bei der Prinzessin. Du hast dich angesteckt beim Wöffelklauen. Oh ja, das stimmt. Da kann man leider nichts mehr machen. Leb wohl. Äh, mach's gut. Na ja. Tschüss, denn armer Räuber Urian. Tschüss, armer Räuber kranker Urian. Halt, halt, warte! Bleib doch hier! Lass mich nicht allein. Hilf mir! Oh je, oh je. Ich armer reicher Urian. Ja. Was nützt mir jetzt ein Berg von Gold? Hm. Habt ihr denn keine Medizin für mich? Ich geb euch dafür, was ihr wollt. Ja. Wir wollen nur unsere Regenbogenblume. Ja. Und dafür kriegst du von uns eine Medizin, die dich froh und munter macht. Ja. Gib her die Blume. Froh und munter? Das ist ja schön. Was hilft mir ein Berg von Gold? Lieber froh und munter. Ja. Urian, pass auf. Hier ist die Pflanze. Her mit der Medizin. Ja. So. Bitte schön. Hier ist die Medizin. Was? Eine Flöte? Was soll ich denn damit? Ja. Eine Flöte. Etwa runterschlucken? Nein. Sondern immer wenn du dich schlecht fühlst, so wie jetzt, dann spielst du drauf und tanz dazu. Und schon geht's dir gut. Du kannst gleich damit anfangen. Ja. Geht krass und gute Besserung. Tschüss. Freude. Ob das hilft? Ich probier's mal. Ja. O. Oh, Westflin, Elf. Das hat mir gut gemacht. Müssen wir jetzt ... Müssen wir jetzt wirklich ... Mit Eigentem Braust ... Warte mal. Müssen wir jetzt wirklich mit dem letzten Wunsch zur Prinzessin ... Nö. Ach toll. Dann wünschst du dir also doch ein Erdbeer-Eins? Seppel, Seppel, du nimmer sattes Schleckermaul. Oh Mann! Nein, ich wünsche mir sofort und auf der Stelle, bevor noch mal was dazwischen kommt, etwas ganz anderes. Oh, okay. Eins, zwei, drei. Den dritten Wunsch, den hab ich frei. Ich wünsche mir die gesunde Prinzessin herbei. Oh, Kasper, das ist eine gute Idee. Prinzessin! Träum ich? Oh, oder ist das ein Fiebertraum? Oh, Kasper, Prinzessin. Nein, Prinzessin, du bist wirklich wieder gesund. Mit dieser Wunderblume haben wir dich gesund gemacht. Oh, und jetzt haben wir, jetzt haben wir ja die Brombeeren ganz umsonst gefüllt. Nein, natürlich nicht. Wir laden die Prinzessin zum Brombeerkuchenessen ein. Ja. Ja. Und ich spendiere eine große Portion Erdbeer-Eins mit Schlag ein. Erdbeer-Eins? Juhu! Kinder, wir haben's geschafft. Ich geh einfach ein Essen. Tschüss! Tschüss! Ich komm nicht, aber ganz schnell. Und auf Wiedersehen! Tschüss! 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 Applaus!